Hallo meine Lieben und willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute geht es hier auf meinem Kanal schon wieder weiter mit True Crime und damit auch mit einem neuen Fall, den ich mir ausgesucht habe und über den ich euch gerne berichten möchte. Es ist der Beginn einer ganz besonderen Liebesgeschichte, als der 21 Jahre alte Jan Piazzak auf einer Geburtstagsfeier eines Freundes im Sommer 2005 die junge Kuyana Jenkins zum ersten Mal sieht. Bezaubert von ihrem strahlenden Lächeln, ihrer offenen, humorvollen und quirligen Art setzt Jan alles daran, an diesem Abend noch mit Kuyana ins Gespräch zu kommen. Und ganz genau das gelingt ihm auch und es dauert nicht lange, da ist auch Kuyana hin und weg vom sehr ruhigen, sympathischen, bodenständigen Jan, der ihr den Rest des Abends nicht mehr von der Seite weicht. Sie unterhalten sich, sie tanzen, sie reden, sie trinken zusammen, es ist ein wenig so, als hätten sie da schon eine intensive Verbindung zueinander. So fängt es an, zwischen Jan und Kuyana. In der kommenden Zeit werden die beiden einige Hindernisse und auch Unsicherheiten überwinden müssen. Doch am Ende sind sie glücklich zusammen. Ein Traumpaar mit großen Hoffnungen und Träumen für ihre Zukunft. Eine Zukunft, die sie aber niemals haben werden. Denn Jan und Kuyana werden auf unvorstellbar brutale Weise aus dem Leben gerissen werden. Ein wirklich unglaublicher Fall, der heute vor uns liegt, meine Lieben. Einer, der mich über viele Wochen beschäftigt hat und den ich wahrscheinlich auch nicht mehr so schnell aus dem Kopf bekommen werde. Und ich vermute, dass wenn wir hier heute durch sind, dass es vielen von euch ganz ähnlich gehen könnte. Aber um herauszufinden, was eigentlich passiert ist und wie es zu den schrecklichen Ereignissen in der Nacht von 14. auf den 15. Oktober 2008 überhaupt gekommen ist, müssen wir wie immer ganz am Anfang anfangen. In der 300.000 Einwohner Stadt Riverside, 80 Kilometer südöstlich von Los Angeles, scheint im Prinzip das ganze Jahr hindurch die Sonne. Aber nicht nur darum, sondern auch wegen ihrer zahlreichen historischen Gebäude, der über 100 Wahrzeichen, die an die bewegte Geschichte der Stadt erinnern sollen und der vielen Zitrusplantagen, ist diese Gegend im US-Bundesstaat Kalifornien nicht nur bei Touristen aus aller Welt seit vielen Jahren äußerst beliebt. Denn auch die Menschen, die in der Stadt leben, tun dies gern. Kein Wunder. Liegt sie zwar weit genug von L.A. entfernt, um den Großstadttrubel hinter sich lassen zu können, aber eben auch nicht so weit weg, dass man nicht in weniger als einer Stunde mit dem Auto im Zentrum sein kann. Die Stadt ist geprägt von vielen kleinen Läden, Museen, Straßencafés, charmanten Restaurants und Hotels und auch wenn das Leben in dieser Gegend sehr kostspielig und die Häuser alles andere als günstig sind, wohnen viele Familien, vor allem in den schicken Randbezirken von Riverside. So auch Jan und Kiana Piazak. Im Oktober 2008 lebt das Paar erst seit wenigen Wochen in ihrem neuen Haus in Winchester, circa 30 Minuten außerhalb der Stadt. Frisch verheiratet und überglücklich wollen die beiden hier ihr gemeinsames Leben beginnen. Jan Pavel Piazak kommt am 13. März 1984 in Lublin, der neuntgrößten Stadt Polens zur Welt. Zehn Jahre später, im Sommer 1994, wandern seine Eltern gemeinsam mit ihm in die Vereinigten Staaten aus und lassen sich zunächst in Brooklyn nieder. Nach der Highschool geht Jan zum Militär. Seine Mutter hat später gesagt, dass er bereits während seiner Schulzeit immer wieder davon sprach, den Marines angehören zu wollen, um, wie er sich ausgedrückt hat, dem Land, das ihn und seine Familie aufgenommen hat, mit seinem Dienst in der Armee etwas zurückzugeben. Anfang 2003 geht Jan dann also auch zur US Army und lebt fortan auf verschiedenen Militärbasen im ganzen Land. Unter anderem lässt er sich dort auch zum Flugzeugmechaniker ausbilden, bevor er dann im Februar 2004 in den Irak geschickt wird. Jan ist sehr beliebt bei den Leuten in seiner Einheit. Er ist zuverlässig, korrekt, intelligent, sehr loyal und er bringt andere mit seinem speziellen Humor immer wieder zum Lachen. Doch trotzdem, dass er immer für einen Scherz zu haben ist. Jan nimmt seine Verpflichtungen, seine Arbeit äußerst ernst. Er macht selten Fehler, ist diszipliniert und versucht sich immer weiterzubilden. Nach seiner Rückkehr in die Vereinigten Staaten im Sommer 2005 ist Jan erst einmal fest auf der Militärbasis Camp Pendleton, ca. 70 km außerhalb von Riverside stationiert, als er zu einer Party im Haus eines Freundes in San Diego eingeladen wird. Dort sieht er die damals 22 Jahre alte Kriana Jenkins zum ersten Mal. Und auch, wenn sich die beiden gleich gut verstehen und es bereits am Anfang an diesem Abend direkt funkt, Kriana hat zunächst kein Interesse an einer Beziehung. Sie findet Jan sympathisch, sie mag ihn sehr, aber sie möchte eben nicht mit einem Soldaten zusammen sein. Jetzt muss man wissen, dass Kriana Jenkins in einer Gegend außerhalb von San Diego aufgewachsen ist, die geprägt war von Militär. Das heißt, dass sie eben auch viele Menschen kannte, die gedient haben und die schwer verletzt, traumatisiert oder eben zum Teil auch überhaupt nicht mehr zurück nach Hause gekommen sind. Die Angst davor, dass jemandem, den sie kennt oder dass jemanden, den sie zu nah an sich heranlässt, genau so etwas passiert, war groß bei ihr. Weswegen sie auch nach besagter Party gezögert hat, auf die Nachrichten und die Anrufe, die von Jan kamen, zu antworten. Und sie hat auch gezögert, mit ihm auszugehen, obwohl er hartnäckig geblieben ist und sie immer wieder um ein Date gebeten hat. Doch am Ende hat er es geschafft, so hat es Krianas Vater ausgedrückt, mit seiner höflichen, bodenständigen und respektvollen Art, sie für sich gewinnen zu können. Sie hat zu mir gesagt, Daddy, ich glaube, ich werde diesen Mann heiraten. Und ich sagte zu ihr, wenn du denkst, dass er der Richtige für dich ist, dann ist er auch der Richtige in meinen Augen. Und das war er. Wir alle mochten Jan wahnsinnig gerne, denn er hat unsere Tochter glücklich gemacht. Im Juli 2008, zwei Jahre nach ihrer ersten Begegnung, heiraten Jan und Quiane in San Diego, im Kreise ihrer Familien und Freunde. Und alle sagten später, dass es ein traumhaft schöner Tag gewesen sei. Und ich finde, man sieht den beiden ihr Glück auch einfach an. Nach der Hochzeit ziehen sie dann in ihr Haus in Winchester und während Jan weiterhin jeden Tag nach Camp Pendleton auf die Basis fährt, arbeitet Quiana für das Black Infant Care Center, einer in Winchester ansässigen Kindertagesstätte. Beste Voraussetzungen also für dieses dynamisch frisch verheiratete Paar. Jeder, der die beiden kannte, der auch auf ihre Hochzeit eingeladen war, Menschen, mit denen Jan in der Vergangenheit zusammengearbeitet hat, ihre Familien, alle sagten, dass sie sich sicher waren, dass Jan und Quiana eine wunderbare Zukunft bevorsteht, dass sie zusammen viele Reisen unternehmen, dass sie in ein paar Jahren eine Familie gründen, Eltern werden. Doch nichts davon hat sich erfüllt. Denn es sind gerade einmal 67 Tage nach ihrer Hochzeit vergangen, da werden Jan und Quiana Piazza gefoltert und brutal ermordet, in ihrem eigenen Haus gefunden. Es ist noch sehr früh am Morgen des 15. Oktober 2008, als Jans Vorgesetzter im 30 Meilen entfernten Camp Pendleton feststellt, dass der sonst so zuverlässige Sergeant noch nicht an seinem Arbeitsplatz erschienen ist. Irgendetwas muss passiert sein, denn es kam noch nie vor, dass Jan zu spät, geschweige denn überhaupt nicht zur Arbeit kam, ohne vorher Bescheid zu sagen. Also ruft man ihn jetzt erst einmal an. Das Handy klingelt und klingelt, doch niemand hebt ab. Auf der Militärbasis hat man aber auch die Telefonnummern von Angehörigen der dort stationierten oder arbeitenden Soldaten, weswegen Jans Vorgesetzter jetzt als nächstes in den frühen Morgenstunden dieses Mittwochs zunächst einmal die Nummer von Quiana Piazza gewählt. Doch auch sie erreicht er nicht. Als er einige weitere Anrufe später herausfindet, dass auch Quiana nicht wie sonst üblich um 7.30 Uhr an ihrem Arbeitsplatz in der Kindertagesstätte aufgetaucht ist, informiert er die Polizei und bittet um einen sogenannten Welfare-Check am Haus der Piazzax. Was bedeutet, dass sich jetzt als nächstes zwei Polizeibeamte auf den Weg nach Winchester machen, um festzustellen, ob bei Jan und Quiana alles in Ordnung ist. Doch als die beiden Polizisten vor dem Haus an der Straße anhalten, ist klar, dass es das nicht ist. Denn die Eingangstür steht weit offen. Mit gezogenen Waffen betreten die beiden Officers jetzt das Haus. Es riecht nach Benzin. Überall auf dem Boden liegen Gegenstände herum. Zerbrochenes Glas, aufgerissene Schuhbläden. Chaos durcheinander. Als die Polizisten durch die Küche, die direkt ins Wohnzimmer hineinführt, gehen, finden sie dort Quiana und Jan Piazzax tot auf dem Boden direkt neben der Couch. Es ist ein grauenvoller Anblick. Beide wurden mit rotem Klebeband an Händen und Füßen gefesselt. Außerdem ist dasselbe Klebeband sowohl Jan als auch Quiana mehrfach um den Kopf herumgewickelt worden, sodass sie nichts mehr sehen konnten. Als die Polizisten näher herangehen, finden sie auch Blut auf dem Boden. Das Ehepaar wurde offensichtlich aus nächster Nähe erschossen. In den kommenden 15 Minuten treffen jetzt weitere Polizeistreifen, der Sheriff von Riverside County und auch die Spurensicherung am Haus ein. Der erste Eindruck, der entsteht, ist der, dass es sich hier um einen Einbruch, einen Raub, der irgendwie außer Kontrolle geraten sein könnte, gehandelt hat, in dessen Folge Quiana und Jan dann getötet wurden. Denn zumindest alles innerhalb des Hauses sieht danach aus. Das Chaos, vor allem im Schlafzimmer, herrscht reinstes Durcheinander. Im Geldbeutel von Quiana fehlen sämtliche Bank- und Kreditkarten. Außerdem ist klar, dass Schmuck gestohlen worden ist, denn im Schlafzimmer ist auch das Schmuckkästchen von Quiana vollständig leer. Darüber hinaus wird ein leerer Benzinkanister und mehrere verbrannte Stellen an verschiedenen Orten im Haus gefunden, was darauf hindeutet, dass der oder die Täter offensichtlich versucht haben, das Haus in Brand zu stecken, um ihre Spuren zu verwischen, was ihnen allerdings nicht gelungen ist, denn das Feuer hat sich nicht weiter ausgebreitet. Trotzdem wird natürlich der Benzinkanister jetzt erst einmal als Beweismittel gesichert und darüber hinaus findet sich im Prinzip im ganzen Haus etwas sehr Außergewöhnliches. Nämlich finden sich überall Schuhabdrücke, und zwar reichlich. Die Spurensicherung hat also jetzt erst einmal jede Menge zu tun, denn jeder einzelne Schuhabdruck ist enorm wichtig und wird selbstverständlich gesichert. Doch nachdem jetzt der leitende Detective Josh Button, der kurze Zeit später ebenfalls am Haus in Winchester eintrifft, einen ersten Eindruck verschafft hat, glaubt er nicht recht an einen Einbruch. Seine Annahme verfestigt sich auch nach einem ersten Gespräch mit Quianas geschockten Eltern, die, nachdem sie die schreckliche Nachricht erfahren haben, ebenfalls jetzt vor Ort sind. Quianas Mutter Glenda Jenkins berichtet Detective Button, dass sie am Abend zuvor, wie immer, mit ihrer Tochter telefoniert hat. Dabei habe sie durchs Telefon wahrgenommen, dass Quiana die Alarmanlage aktiviert hat. Also sie hat gehört, wie sie diese Tasten gedrückt hat, und sie hat auch einen Pfeifton wahrgenommen, der immer dann zum Vorschein kommt, wenn die Alarmanlage aktiv ist. Doch die Alarmanlage hat sich im Laufe des späten Abends oder auch der Nacht eben nicht eingeschalten, was bedeutet, dass sie von irgendjemandem ausgestellt worden sein muss, bevor der oder die Täter ins Haus kamen. Außerdem sprechen auch die Spuren an der Eingangstür nicht dafür, dass sich jemand gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft hat. Es gibt weder an der Tür an sich noch am Schloss irgendwelche Einbruchsspuren. Und das bedeutet höchstwahrscheinlich, dass Quiana und Jan ihre Mörder gekannt und sie freiwillig ins Haus hineingelassen haben müssen. Doch das ist nicht das Einzige, was gegen einen Einbruch mit anschließendem Raubmord spricht. Dafür gibt es Anzeichen, dass das Ganze eine sehr persönliche Tat gewesen sein muss. Denn sowohl im Erdgeschoss als auch im Badezimmer im ersten Stock sind offenbar mithilfe einer Spraydose verschiedene rassistische Sprüche an die Wände gesprüht worden. Im Badezimmerspiegel im ersten Stock ist zum Beispiel das N-Wort und danach Lover aufgesprüht, was sich offensichtlich auf Jan Piazak bezieht, weil er ja mit einer Afroamerikanerin verheiratet ist, also N-Lover. Haben wir es hier also mit einem Verbrechen aus Hass zu tun? Steckt ein rassistisches Motiv hinter diesem Doppelmord. Während die Spurensicherung im Haus jetzt erst einmal weiter ihrer Arbeit nachgeht, stellt die Gerichtsmedizinerin am selben Abend die Todesursache von Jan und Kiana fest. Beide starben durch jeweils zwei Schüsse in ihren Hinterkopf, die aus kurzer Distanz auf sie abgefeuert worden sein müssen. Später in den Medien hat man in diesem Zusammenhang auch immer wieder das Wort Exekution gelesen. Darüber hinaus stellt man in der Gerichtsmedizin auch fest, dass Jan Piazak brutal geschlagen worden sein muss. Es finden sich Schuhabdrücke auf seinem Rücken und er hat auch massive Verletzungen an anderen Stellen, auf seinem Körper, in seinem Gesicht, an seinem Kopf, die darauf hindeuten, dass regelrecht auf ihn eingeprügelt worden sein muss. Bei Kiana gibt es Anzeichen auf sexuellen Missbrauch und es gibt auch an beiden Opfern Folterspuren, bei denen ich euch aber nicht genau sagen kann, wie sie sich dargestellt haben. Detective Button spricht jetzt nach den vorläufigen Ergebnissen der Spurensicherung im Haus und den bereits gesicherten Ergebnissen aus der Gerichtsmedizin mit Kianas Eltern und ihren Freunden. Keiner hat auch nur den leisesten Verdacht, wer die beiden so dermaßen hassen könnte, um so etwas zu tun. Im Gegenteil, es gab in der Vergangenheit niemanden, mit dem sie Schwierigkeiten hatten. Keiner von beiden hatte gegenüber Eltern oder Freunden irgendetwas erwähnt. Im Laufe der kommenden Tage sucht die Polizei auch Kianas Ex-Freunde auf, die Männer, mit denen sie vor Jan zusammen gewesen ist. Doch allesamt können als Täter ausgeschlossen werden und das Aufsuchen von Kianas Ex-Freunden war ohnehin eigentlich für die Polizei nur Routine, da inzwischen klar feststeht, dass mehrere Personen am späten Abend oder in der Nacht im Haus gewesen sein müssen. Das belegt das Spurenbild, vor allen Dingen die zahlreichen Schuhabdrücke im Haus ganz klar. Da die Abdrücke so deutlich sind, kann auch ganz schnell festgestellt werden, welche Schuhe sie dort hinterlassen haben. Dabei lassen sich drei Abdrücke ganz klar Schuhen der Marke Nike zuordnen. Der erste Abdruck gehört zum Modell Nike Air Force One, der zweite zu dem Modell Nike LeBron 4 und der dritte zu dem Modell Nike Cortez. So weit, so gut. Doch ohne einen Verdächtigen, der auch eine Woche nach dem Mord an Jan und Kiana weit und breit nicht auszumachen ist, sind diese Spuren erst einmal nicht viel wert, solange man sie nicht zuordnen kann. Doch die Tatsache, dass viele Verbrecher oftmals eben überschaubar intelligent nach ihren Taten handeln, kommt Detective Button und seinem Team neun Tage später zur Hilfe. Da sie die Kontobewegungen von Jan und Kiana überwachen lassen, stellt sich heraus, dass eine der gestohlenen Bankkarten, die aus Kianas Geldbeutel entwendet wurde, an einem Geldautomaten direkt vor dem Gelände von Camp Pendleton benutzt worden ist. Der Militärbasis also, auf der Jan seit vielen Jahren gearbeitet hat. Sofort sichtet die Polizei das Material aus der Videokamera von besagten Geldautomaten. Doch der Mann, der dort zu sehen ist, hat sich ein dunkles Bandana über das Gesicht gezogen, sodass man außer seinen Handschuhen, die er ebenfalls getragen hat und mit denen er versucht hat, sein Gesicht zusätzlich abzudecken, nichts weiter von ihm erkennen kann. Doch die Handschuhe sind dafür sehr deutlich zu sehen und sind auch schnell identifiziert. Bei dem Modell handelt es sich um sogenannte Mechanics, schwarze Handschuhe mit einem weißen Logo auf der Vorderseite. Man hat also neben den zahlreichen Sportschuhmodellen, die die Täter im Haus getragen haben müssen, jetzt ein weiteres Kleidungsstück auf Videokamera, das man später eventuell zuordnen kann. Außerdem führt genau diese Aufnahme des Geldautomaten die Ermittler jetzt auf eine neue Spur. Kann es sein, dass die Täter Marines sind? Dass sie mit Jan auf der Militärbasis zusammengearbeitet haben? Oder ist es nur Zufall, dass Quianas Karte genau an dem Geldautomaten benutzt wurde, der in unmittelbarer Nähe des Stützpunkts aufgestellt ist? Die Ermittler wollen es genauer wissen und verschaffen sich Zugang. Doch Ermittlungen beim Militär sind alles andere als einfach. Was vor allen Dingen an der Teilung der Zuständigkeiten, aber in diesem Fall auch daran liegt, dass Camp Pendleton, der größte Militärstützpunkt im US-Bundesstaat Kalifornien mit über 100.000 Soldaten und deren Familien ist. Das Gebiet ist gigantisch groß. Es gibt dutzende Wohngebiete, Shoppingcenter, ein Krankenhaus, Schulen. Es ist eine kleine Stadt, von der wir hier reden, mit der Militärpolizei, die grundsätzlich die Ermittlungen übernimmt, wenn einer der dort lebenden Personen eines Verbrechens verdächtigt wird. Doch Daniel D. Lyman, Staatsanwalt von Riverside County, erreicht, dass Detective Button und seine Kollegen mit in die Ermittlungen einbezogen werden. Und so beginnt die Suche nach dem Verdächtigen jetzt genau dort, auf dem Stützpunkt. Button konzentriert sich jetzt zunächst einmal auf die Einheit, in der Jan, nachdem er 2005 aus dem Irak zurückkam, gedient hat. Dabei erfährt er aber erst einmal nicht sehr viel mehr als das, was er ohnehin schon über Jan Piazzak weiß, nämlich, dass er ein sehr zuverlässiger, äußerst angesehener Marine gewesen ist. Man spricht mit Leuten, die in ihrer täglichen Arbeit auf dem Stützpunkt mit Jan in Kontakt waren, seinen Kollegen, seinen Vorgesetzten, Männern und Frauen, die ihm unterstellt waren. Dabei lässt Detective Button eine Aussage ganz besonders aufhorchen. Nicht lange vor seinem Tod nahm Jan, wie in der Vergangenheit so oft, an einer sogenannten Mission-Ready-Übung teil. Dabei werden reale Einsätze zum Beispiel für den Häuserkampf trainiert. Es soll dabei zu Auseinandersetzungen zwischen Jan und einigen der ihm unterstellten Soldaten gekommen sein. Und das nicht zum ersten Mal. Vor allem einer der Männer, der 25 Jahre alte Lance Corporal Tyrone Miller, hat wohl schon in der Vergangenheit keinen Hehl daraus gemacht, mit Jans Führungsstil innerhalb der Trainingseinheiten nichts anfangen zu können. Außerdem soll er auch des Öfteren gesagt haben, dass er Jan verachten und hassen würde. Was wahrscheinlich daran lag, dass Jan als Tyrones direkter Vorgesetzter sich nicht gescheut hat, ihm zu sagen, wenn seine Performance innerhalb der Trainingseinheiten nicht den Anforderungen entsprochen hat, was wohl gerade in jüngster Vergangenheit immer öfter der Fall gewesen sein soll. Nach diesen Informationen will Detective Button und seine Kollegen sofort mit Tyrone Miller sprechen, um herauszufinden, ob das Ganze tatsächlich ein Motiv für ihn gewesen sein könnte, seinen direkten vorgesetzten Offizier und auch dessen Ehefrau in deren eigenen Haus zu ermorden. Doch diesen Eindruck macht Tyrone Miller jetzt bei seiner ersten Befragung durch Detective Button und seinen Kollegen Detective Ramirez vom Riverside County Police Department überhaupt nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Tyrone sagt, dass er Jan Piazzak sehr geschätzt habe und dass er bestürzt war, von dessen Tod und auch vom Tod seiner Frau Kiana zu erfahren. Außerdem erklärt er sich bereit, alle Fragen der Ermittler zu beantworten und er ist äußerst kooperativ. Doch es fällt auf, dass der Lance Corporal bei seiner Befragung Nike-Schuhe trägt. Es sind Nike Air Force One. Außerdem druckst er bei der Frage nach einem Alibi für die Nacht von 14. auf 15. Oktober doch etwas sehr lange herum und als Detective Ramirez ihn fragt, ob sie, wenn sie die Daten seines Mobiltelefons checken würden, dort eventuell etwas finden könnten, das ihn mit dem Tatort in Verbindung bringt, sagt Tyrone darauf, Zitat, wahrscheinlich nicht. Nach dieser ersten Befragung darf Tyrone Miller jetzt erst einmal gehen, doch er ist verdächtig. Ebenso ist aber klar, dass er die Tat nicht alleine begangen haben kann. Die Spuren im Haus sprechen eine andere Sprache. Am 28. Oktober 2008 wird das Apartment von Tyrone Miller auf dem Stützpunkt von der Militärpolizei und auch von den Ermittlern aus Riverside durchsucht. Dabei wird Folgendes gefunden. Ein Zettel mit der Adresse von Jan und Kriana Piazak aus Winchester. Eine Sporttasche versteckt unter Tyrones Couch mit mehreren Waffen, von denen einige, wie sich später herausstellen wird, gestohlen wurden. Die Bankkarte von Kriana Piazak, mit der nach dem Mord an ihr Geld von dem Bankautomaten direkt vor dem Stützpunkt abgehoben wurde. Die Mechanics-Handschuhe, die der bis dahin unbekannte Mann auf den Videoaufnahmen vor dem Geldautomaten getragen hat. Genauso auch wie ein dunkles Bandana. Und mehrere Patronenhülsen werden in diesem Apartment ebenfalls sichergestellt, auf denen sich Blut befindet, das, wie sich ebenfalls später herausstellen wird, zu den beiden Opfern gehört. Und ebenfalls wird sichergestellt, dass mit diesen Waffen, mit zwei von diesen Waffen auf Jan und Kriana geschossen wurde. Konfrontiert mit diesen zahlreichen Beweisen, die man also jetzt in seinem Apartment gefunden hat, gibt Tyrone Miller in seiner zweiten Befragung gegenüber Detective Button zu, dass er und auch drei weitere Männer tatsächlich in der Nacht von 14. auf 15. Oktober 2008 im Haus von Jan und Kriana Piazza gewesen ist. Bei den drei Männern, die ihn angeblich begleitet haben sollen, handelt es sich um den 21 Jahre alten Keyshawn Sykes, den 20 Jahre alten Kevin Danell Cox und den erst 18-jährigen Lance Corporal Emreys John. Miller sagt aus, dass er selbst allerdings niemanden ermordet hat. Das sei ohnehin überhaupt nicht das Ziel der Gruppe gewesen. Er wollte Jan einfach nur mal sagen, was er von ihm hält, ihm drohen, ihm Angst machen. Jan hatte Tyrone erst wenige Tage zuvor wegen seiner unterdurchschnittlichen Performance getadelt, was ihn Zitat wütend gemacht hätte. Also hat er, nachdem Kriana bedroht mit einer Pistole sie allesamt ins Haus gelassen hat, zuerst Jan mit einer weiteren mitgebrachten Waffe bedroht, ihn anschließend geschlagen und dann Jedoch habe er, Tyrone, nichts mit dem zu tun gehabt, was jetzt als nächstes geschah und worüber er den Ermittlern jetzt Auskunft gibt. Denn die ganze Sache sei laut Tyrone Miller vollkommen außer Kontrolle geraten, als die anderen drei Männer, die ihn begleitet haben, also Kishawn, Kevin und Emreys, plötzlich damit begonnen haben, sich auf Kriana zu konzentrieren. Zunächst haben die Männer wohl verlangt, dass Kriana vor ihnen im Wohnzimmer auf dem Tisch tanzen soll. Nachdem Kriana sich geweigert hat, das zu tun, sind die drei dann über sie hergefallen, während Jan bereits an Händen und Füßen gefesselt, mit einem Lappen im Mund und Klebeband darum gewickelt, das alles mit ansehen musste. Versucht euch Jan vorzustellen, wie er da sitzt, geknebelt, geschlagen und gefesselt und wie er zusehen muss, was der Frau, die er über alles liebt und die er erst kurz zuvor geheiratet hat, jetzt angetan wird. Tyrone Miller berichtet jetzt weiter, dass nachdem sie im Anschluss daran auch Kriana gefesselt haben, Emreys John Panik bekommen hat. Denn obwohl die Männer allesamt maskiert waren, hatte Emre die Befürchtung, dass Jan, weil er sie ja allesamt kannte und mit ihnen täglich zusammengearbeitet hat, ihre Stimmen erkannt haben könnte. Die einzige Möglichkeit also aus der Sache raus zu kommen, ist ihn, Jan und auch Kriana nicht am Leben zu lassen. Tyrone sagt jetzt zu Detective Button, dass der erst 18 Jahre alte Emreys John deswegen aus Angst und Panik, bevor sie aus dem Haus geflüchtet sind, sowohl Jan als auch Kriana erschossen hat. Ja, man kann sich vorstellen, was jetzt als nächstes passiert. Die Militärpolizei in Begleitung von Detective Button und seinem Team rücken jetzt am Apartment von Emreys John auf dem Stützpunkt an. Dieser streitet zunächst ab, irgendetwas mit all dem zu tun zu haben, doch nachdem man seine Wohnung durchsucht hat, ist klar, dass er das sehr wohl hat, denn es wird Schmuck, der nachweislich aus dem Schmuckkästchen von Kriana stammt, in seinem Apartment gefunden und darüber hinaus findet man auch noch ein paar Nike LeBron vor, also ebenfalls das Turnschuh Modell von Nike, das nachweislich auch die Spuren im Haus hinterlassen hat. Weiter geht es in der Wohnung von Kaishon Sykes, der laut Tyron Miller ebenfalls dabei gewesen sein soll. Auch dort findet man Diebesgut aus dem Haus von Jan und Kriana sowie ein Paar Nike Cortez. Treffer Nummer drei, was die Schuhe angeht. Und zu guter Letzt werden auch in der Wohnung von Kevin Cox, also dem vierten im Bunde, Gegenstände aus dem Haus der Piazzax gefunden. Damit nicht genug findet die Militärpolizei in diesem Apartment weitere gestohlene Gegenstände, darunter Waffen, Mobiltelefone, Schmuck und Kreditkarten, die in der jüngsten Vergangenheit bei Einbrüchen in der Umgebung um den Stützpunkt herum gestohlen wurden, was darauf hindeutet, dass die vier Männer nicht zum ersten Mal zusammen auf Beutezug waren. Diesmal jedoch sind zwei Menschen getötet worden. Am 3. November 2008 werden Tyrone Miller, Amri John, Kevin Cox und Kishawn Sykes verhaftet und ins Riverside County Sheriff Department überstellt. Zwei Tage später folgt dann die Anklage wegen Mordes. Am 12. August 2009 lassen die vier Ex-Marines vertreten durch ihre Verteidiger verlautbaren, dass sie auf nicht schuldig plädieren werden in ihrem anstehenden Prozess. Und kurz bevor dieser Prozess dann beginnt, fängt Kishawn Sykes auf einmal an verrückt zu spielen. Zumindest ist das der Eindruck der versammelten Presse, die den anstehenden Prozess und alles drumherum mit Hochspannung verfolgen. Denn Kishawn fängt an, in seinen Anhörungen vor dem Prozess wirr vor sich hin zu brabbeln, seinen Urin zu trinken und ihn überall in seiner Zelle zu verteilen. Es muss jetzt überprüft werden, ob er überhaupt in der Lage ist, dem Prozess, der ihm gemacht werden entscheidet nach einem psychologischen Gutachten, dass es nicht genug Anzeichen gibt, dass Sykes nicht in der Lage dazu wäre, genau das zu tun, was heißt, dass er sich genau wie die anderen drei voll verantworten muss. Trotzdem entscheidet das Gericht, den Prozess gegen die vier zu splitten. Eine Verhandlung für Kevin Cox, Tyrone Miller und Amri John und eine weitere für den nach wie vor unzurechnungsfähig erscheinenden Keyshawn Sykes. Am 8. April 2013 beginnt jetzt erst einmal der Prozess gegen Tyrone Miller, Amri John und Kevin Cox im Gerichtsgebäude von Riverside. Kianas Onkel Glenn Williams hat später gesagt, dass es ihm unwirklich vorkam, nur wenige Meter entfernt von diesen Männern in ihren orangenen Overalls zu sitzen, zuzusehen, wie sie grinsen, wie sie sich gegenseitig seltsame Blicke zu werfen, als wäre das hier alles für sie nur ein Spiel. Auch Kianas Eltern und Jans Mutter Henry Kapiazak sind im Gerichtssaal anwesend und hoffen, dass die Staatsanwaltschaft mit der Menge an Beweisen am Ende mit dem Urteil der Jury Gerechtigkeit für ihre Kinder erreichen wird. Da dieser Prozess äußerst langwierig, umfangreich und komplex gewesen ist, alleine deswegen, weil wir drei Angeklagte haben, die im Übrigen auch alle ihre ganz eigene Version von den Ereignissen der Nacht von 14. auf 15. Oktober zum Besten gegeben haben im Vorfeld, habe ich versucht, das Ganze so kompakt wie möglich zusammenzufassen, auch deswegen leider, weil der Prozess in Gänze eben nicht zu sehen gewesen ist. Ich hätte ihn mir gerne komplett angesehen, weil es mich eben auch interessiert hat. Das hätte mich wahrscheinlich mehrere Wochen gekostet, um das alles wirklich detailliert dann auch anzuschauen. Die Eröffnungsplädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung in diesem Fall hätten mich unwahrscheinlich interessiert. Auch die Aussagen der Zeugen, die Aussagen der Experten, die Aussagen der Spurensicherung im Zeugenstand über das, was sie im Haus gefunden haben. Das alles wäre für mich etwas gewesen, was ich aufgesaugt hätte und was ich hier gerne in diesem Video zum Besten gegeben hätte. Leider Gottes, wie gesagt, konnte man den Prozess nicht in Gänze schauen. Es gab einige Ausschnitte, aber auch da waren es immer nur weswegen ich mich bei meiner Recherche auf das stützen musste, was dann eben im Anschluss in den Medien darüber zu erfahren war und das ist bekanntlich nicht allzu viel, weswegen ich es jetzt versuche kompakt für euch so gut wie möglich zusammenzufassen. Fangen wir doch einfach mal damit an, dass sowohl Emre John auf der einen Seite als auch Kevin Cox auf der anderen und das bringen ihre Verteidiger auch direkt im Eröffnungsplädoyer vor der Jury an, die volle Verantwortung für alles, was sich in dieser Nacht zugetragen hat, Tyrone Miller zu schieben. Er sei der Initiator gewesen, er ist überhaupt erst auf die Idee gekommen, zum Haus von Quiana und Jan zu fahren, weil er sich durch ihn und seine Beurteilung als Marine gekränkt gefühlt habe. Vor allem Kevin Cox streitet ab, überhaupt im Haus gewesen zu sein. Er sei nur draußen herumgestanden und habe aufgepasst. Mit all dem, was drin geschehen ist, hatte er überhaupt nichts zu tun. Tyrone würde lügen, um selbst besser dazustehen. Und tatsächlich scheint es so gewesen zu sein, dass Cox hier die Wahrheit sagt. Denn wie ich euch gerade vorhin schon gesagt habe, man hat ja im Haus Schuhabdrücke gefunden, von denen drei eindeutig bestimmten Schuhen der Marke Nike zugeordnet werden konnten. Schuhe, die man sowohl im Apartment von Emory Jones als auch im Apartment von Tyrone Miller und auch in der Wohnung von Keyshawn Sykes, der ja hier jetzt nicht vor Gericht steht, der Prozess wurde ja extra nochmal ausgelagert und kommt erst später, gefunden wurde. Diese drei Schuhabdrücke konnte man diesen drei Herren zuordnen. Es fanden sich aber darüber hinaus keine weiteren Schuhabdrücke. Das heißt, wenn Kevin Cox jetzt hier durch seinen Verteidiger behauptet, dass er selbst gar nicht im Haus war, sondern draußen Wache gehalten hat, dann ist das insofern glaubhaft, weil man von ihm eben, von Schuhen, die er getragen hat, keine Abdrücke im Haus fand. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass er wirklich nicht im Haus war. Vielleicht waren seine Schuhe einfach sauber oder er hat sie vielleicht auch noch ausgezogen, man weiß es nicht, aber es spricht doch viel dafür, dass er tatsächlich den Job des Aufpassers vor der Tür gehabt hat, wie er hier behauptet. Ganz ähnlich wie der Anwalt seines Kumpels Kevin argumentiert jetzt aber auch Emre Johns Anwalt vor der Jury, denn auch dieser sagt, dass sein Mandant eben nur als Unterstützung für Tyrone Miller mit mit in dieses Haus gegangen ist und dass Tyrone an sich quasi die Befehle erteilt habe, der Initiator war und im Prinzip Schuld an allem ist. Die Staatsanwaltschaft auf der anderen Seite argumentiert allerdings, dass wenn das wirklich so gewesen ist, dass die beiden nur Begleiter von Tyrone Miller waren, dass sie das Ganze doch jederzeit hätten beenden können. Cox hätte mit seinem Handy die 911 wählen können. Wenn er das gewollt hätte und wenn er wirklich draußen vor dem Haus stand, hätte das drin noch nicht mal irgendjemand mitbekommen. Und auch Emre John hätte im Haus die Möglichkeit gehabt, jederzeit zu verschwinden oder Tyrone Miller in den Arm zu fallen. Anstatt dessen nichts davon. Die Männer wussten allesamt genau, was sie taten. Sie hatten sich maskiert, sie waren bewaffnet, brachten Benzin mit, um ihre Spuren zu verwischen und haben versucht, die Tat als rassistisch motiviert darzustellen, indem sie absichtlich durch das Besprühen der Wände unten im Erdgeschoss und auch des Badezimmerspiegels falsche Spuren hinterlassen haben, die die Polizei bei ihren Ermittlungen in eine andere Richtung lenken sollten. Sie sind mit einem Plan alle zusammen an diesem Abend vom Stützpunkt losgefahren. Sie sind in dieses Haus eingedrungen, haben gestohlen, missbraucht und anschließend gemordet. Tyrone Miller und Emre John werden am Ende des Prozesses nach einer von der Staatsanwaltschaft minutiösen Timeline und einer Rekonstruktion der Tat basierend auf den Beweisen, die man im Haus und auch basierend auf Beweisen, die man an den Opfern fand, zum Tode verurteilt. Emre John, weil er derjenige war, der geschossen hat, Tyrone Miller, weil er die Tat geplant hat und auch derjenige war, der zusammen mit Keyshawn Sykes, dessen Prozess noch vor uns liegt, anhand von Spuren inzwischen zweifelsfrei bewiesen, Kiana missbraucht hat. Die beiden sitzen im Todestrakt von St. Quentin ein. Kevin Cox dagegen bekommt eine lebenslange Haft ohne die Chance auf Bewährung, weil abschließend nicht bewiesen werden konnte, dass er tatsächlich im Haus gewesen ist. Er wird den Rest seines Lebens im Gefängnis von Kukawalla verbringen. Ein Jahr später im April 2014 steht jetzt aber auch Keyshawn Sykes vor Gericht. Über diesen Prozess ist wirklich erstaunlich wenig bekannt geworden, was ich recherchieren konnte. Wie ich vorher schon erwähnt habe, gab es eindeutige Beweise, dass Keyshawn gemeinsam mit Tyrone Miller an dem Missbrauch an Kiana beteiligt war. Außerdem fand man auf Jans Rücken bei der Autopsie Abdrücke der Schuhe, die Keyshawn in dieser Nacht trug, was bedeutet, dass er auch an der Gewalt gegen Jan maßgeblich beteiligt gewesen sein muss. Auch er wird von der Jury am Ende seines Prozesses, der ja abgetrennt von dem anderen stattgefunden hat, zum Tode verurteilt. Zusammen mit John und Tyrone Miller sitzt er seit Mai 2014 ebenfalls im Todestrakt von St. Quentin. Wir sind in den letzten Jahren allesamt durch die Hölle gegangen. Wir sind froh, dass der Gerechtigkeit Genüge getan worden ist und die Mörder unserer Kinder nie wieder auf freien Fuß kommen werden. Mein Sohn hatte vor seinem Tod alles, was er sich je erträumt hat. Er wollte seinem Land dienen und die Frau heiraten, die er liebte. Und trotzdem hätte er noch eine wundervolle Zukunft vor sich gehabt, die er nicht mehr erleben durfte, weil vier Männer genau das so entschieden haben. Ich kann immer noch nicht begreifen, dass er tot ist und dass ich ihn nie wieder sehen werde. Trotzdem, dass ich mich seit so vielen Jahren schon mit Wahnverbrechen beschäftige und auseinandersetze, stelle ich mir, und das werde ich wahrscheinlich auch in Zukunft immer wieder tun, die Frage, wie überhaupt fähig ist. Darauf wird man wahrscheinlich niemals eine Antwort bekommen, jedenfalls keine, die einem dann im Anschluss daran auch nur ansatzweise das Gefühl geben könnte, man hätte das jetzt irgendwie tatsächlich verstanden. Trotzdem ist der Tod von Jan und Kiana Piazak einer der Fälle, die einem lange Zeit nicht mehr aus dem Kopf gehen. Und ich hatte es ja am Anfang in diesem Video glaube ich sogar gesagt, dass ich davon ausgehe, dass es vielen von euch ähnlich gehen wird. Darum bin ich auch in diesem Fall, wo die Täterschaft zwar geklärt ist, trotzdem gespannt auf eure Einschätzung und Meinung dazu. Schreibt sie mir gerne wie immer unten in die Kommentare. Ja, meine Lieben, damit verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und ich hoffe, dass wir uns dann ganz bald im nächsten Video wieder sehen. Bis dahin, macht's gut!